Ja, also die Gestaltung von einem Büro oder die Abwicklung einer Bürofunktion ist am besten, man analysiert an und für sich diese Tätigkeiten der einzelnen Mitarbeiter ganz genau. Also für das muss man auch wissen, wie die Firmenphilosophie generell ist, auch das Produkt anschaut, wie das durchläuft durch das Ganze und wer mit wem zusammenarbeiten muss. Oder vielleicht auch Gruppen, die miteinander arbeiten müssen, damit man die Arbeitsabläufe, die Gehwege einfach optimiert und für die Leute ideal macht, um Dinge abzuschotten, wo man halt sagt, der telefoniert viel oder der hat viel Verkaufsgespräche oder was auch immer es ist. In Summe das alles sehr genau anschauen und dann trotzdem in Summe ein Gesamtteam zu schaffen im Büro. Bei allen abends einzelne Räume sein sollten, das kann man ja alles sehr schön mit Glas und mit verschiedenen anderen Dingen in Szene setzen. Man kann auch nicht sagen, es ist ein Großraumbüro immer das Optimalste. Das ist einfach situations- oder firmenmäßig einfach unterschiedlich. Aber ich denke, wichtig ist, dass die in Summe wissen, sie gehören zusammen. Und wie gesagt, die Gehwege sind dort für die zu etablieren, die sie brauchen. Nicht von A nach C zu gehen, sondern von A nach B. Und für das braucht man einfach eine genaue Analyse der Firma und auch ein Verstehen von den Mitarbeitern, was sie tun müssen und vor allem, was sie sollen. Und das ist auch ganz wichtig in dem Bereich, was wir an der Fährung eigentlich immer haben. Manche Mitarbeiter wissen das gar nicht selber, mit wem sie wirklich genau kommunizieren sollen. Es ist großteils eigentlich ein gutes Briefing, auch von der Geschäftsleitung, Geschäftsführung notwendig. Sonst lässt sich das in Wahrheit nicht wirklich realisieren. Würde man manchmal nur den Mitarbeitern Glauben schenken, würde man wahrscheinlich oft nicht funktionierende Bürosituationen schaffen. Das ist nicht, weil die böse sind, sondern einfach, weil die eine andere Sichtweise drauf haben. Also wir gehen so vor, dass es ein Gespräch mit den Geschäftsführern oder Geschäftsleitern gibt oder Eigentümern, das ist unterschiedlich, aber wirklich eigentlich an die oberste Stelle, um von dem zu hören, wie eigentlich sein Betrieb funktionieren soll. Oder wie das Büro zum Funktionieren hat, was für Arbeiten notwendig sind und was gefragt und gewünscht ist sozusagen, damit einfach auch das richtige Produkt herauskommt. Lassen von dem ein Briefing erstellen, was das eben sein soll. Geht es dann her, holt sie die wichtigen Standpunkte im Büro, was die wesentlichen Dinge sind. Redet dann schon mit den Mitarbeitern, um einfach zu hören, naja, was ist ihnen dann noch wichtig im Detail, was natürlich, ich sage jetzt einmal, in der Geschäftsführung dann nicht so wichtig ist, aber trotzdem soll sich der dann wohlfühlen, um denen eine Meinung zu haben, wo er ein bisschen seine privaten Geschichten unterbringt. Das muss nicht viel sein, aber es soll trotzdem das sein, dass er sich wohlfühlt. Das sind letztendlich, wie gesagt, kleine Detaile, die kosten jetzt nicht mehr oder weniger. Das sind halt Gespräche, die man dann da mit reinfließen lässt. Und dann muss man halt schauen, dass man diese Funktion, die halt gewünscht ist von den Eigentümern, von den Geschäftsführern, da auch auf den Nenner bringt. Das soll aber sein. Das ist ja eine Frage der Kommunikation. Das ist jetzt nicht eine hochkomplizierte Angelegenheit. Zuhören, umsetzen, mit den richtigen Dänen umsetzen und auch die richtigen Argumente bringen, warum man nicht so viel Steuraum braucht. Und ganz ehrlich gesagt, hat noch nie jemand was dagegen gehabt, wenn man die Wege verkürzt und das vereinfacht. Und das sind eigentlich so, also das ist die Vorgangsweise in der technischen Geschichte. Der Rest ist eigentlich wie der Budget ist dafür aufzustellen und sagen, ich sage einmal so, im Bürobereich ist es kostentechnisch, speziell wenn es Großraumbüros sind, leichter möglich mit Standardprodukten zu arbeiten. Da wird es meistens dann nur in den Stauräumen gefragt oder Besprechungsräume sind, ja, Videokonferenzräume, solche Dinge oder Empfangsräume oder Präsentationsräume, die sind dann mit Standardsachen oft nicht so gut zu bestücken, aber so Schreibtischbereiche, da kann man einen guten Mix herausfinden, um da kostentechnisch gut dabei zu sein, sage ich einmal. Das ist letztendlich die Vorgangsweise von unserer Seite her. Was nun mit aufgenommen wird in den ganzen Bereichen ist das, dass das Produkt der Firma eine wesentliche Rolle spielt. Also ich finde auch im Bürobereich soll das in irgendeiner Form sich widerspiegeln, denn sei es von Wandpaneelen, Wandbildern, Accessoires, Böden, das ist unterschiedlich, kommt einfach auf das Produkt drauf an, aber die Leute sollen sich damit identifizieren und sollen einfach das, was sie da machen, eigentlich schätzen. Darum sollen sie das auch sehen. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass eine richtige Arbeitsabwicklung, Büroabwicklung die Gehwege verkürzt oder Funktionen, also reine Tätigkeiten verkürzt, weil ich zum Drucker nur gerade einmal hingreifen muss und zentrale Besprechungseinheiten mache, Ruhephasen oder Bereiche von Ruhephasen schaffen kann, wo man sich ein bisschen rausheben kann, fördert ja letztendlich alles das Klima oder so das Wohlfühl für den Einzelnen. Und somit ist es auch für die Firmen ein Riesenvorteil, weil die Effizienz der Mitarbeiter größer ist, weil die Motivation einfach größer ist. Man hört es ja auch von den Geschäftsführern selber, die wir bis jetzt eingerichtet haben, also die Büros und die Projekte von Besprechungsräumen und dergleichen, richtig, passend, abgestimmt, hat jeder sich Freude. Und wenn einer Freude hat, macht er seine Arbeit einfach besser, als wenn er keine Freude hat. Das ist einfach so. Und das hat dann auch einen Riesenvorteil. Absolut. Außerdem hat man eine bessere Struktur. Das ist für jeden gut, Strukturen zu haben. Und da natürlich umso wichtiger. Also da ist sicher natürlich die Struktur der Arbeit selber, der Tätigkeit selber nur ein bisschen höher zu stellen, als vielleicht wie in einem Privatbereich, das ist auch wichtig, aber da ist es halt einfach merkbar, spürbar. Und wie gesagt, man kriegt den wirklich guten Response auch von den Mitarbeitern bis hin auf zur Geschäftsführung. Und wenn das durchdacht ist, hat er jeder einfach sehr Freude.